Die sind beide im Denerim, das war's nicht. Das war's auch nicht. Das hab ich gelöst. Äh, finde Leona. Hat dir erzählt, dass er merkt bei den Männern geobachtet wurde, die nach Ansuchen, die sich in der Brille. Die Männer scheinen dem Wirt ziemliche Angst eingejagt zu haben. Äh, das ist voll nicht hilfreich! Wow, toll. War das für die Magier dann? Was? Äh, nein, das war's nicht. Achso, das war Zirkel der Magier, ich Idiot. Achso, das ist schon wieder... Hier, da haben wir's. Will have a missing auto? Nein. Das war's auch nicht. Hä? Was haben wir denn hier oben? Die Verderbnis. Ach, trage dem Zirkel der Magier... ...Dagnas Wunsch vor. Achso, das muss ich auch noch machen. Okay. Das Haus der Magier könnte dazu führen, dass die Günder Toten als eine Art eigenständiges Adelshaus erkannt wird. Äh... Wenn der Anspruch gehöpft werden kann, muss das Symbol in die Änderung der Halle und Befahre eingetragen werden. Hä? Kaste der Toten. Okay. Ich weiß nicht, dass der Dillisch ist besorgt. Tier der Herr, der Volverfluch... ...infiziert sein könnte... Achso, das muss ich auch noch machen. Das ist mir egal. Vor allem das Orte Ritual... ...und diese ganzen Ritualdinger. Achso, Aktion auf dem Markt. Im Lagerhaus und in der Perle sind uns Glück, dass die Leichen irgendwo diskret auf dem Markt verschwinden. Ach, deswegen. Achso. Das ist momentan unsere einzige Hauptquest. Alles andere haben wir getan. Okay, ich weiß nicht mehr, warum ich genau glaubte, wir müssten hier hin. Müssen wir überhaupt gar nicht. Das sind wir gemacht. Gar kein Problem. Ab zum Burgerkrieg. Wobei ich auch nicht mehr genau weiß, ich hab halt... Es sind mittlerweile so viele Quests, dass ich einfach den Überblick komplett verloren habe. Und wir werden scheinbar abgefangen. Auf jeden Fall hab ich den Überblick komplett verloren, was irgendwie getan, gemacht werden musste, weil es einfach so übertrieben viele Quests sind. Oh, was ist denn jetzt los? Wie konnte ein Kind das überleben? Der Krater raucht noch immer. Es ist ein Junge. Fünf Finger, fünf Zehn. Das ist alles, was für mich zählt. Der Erbauer hat unsere Gebete erhört. Lass uns nach Hause gehen, Martha. Und den Kleinen wie unser eigenes Kind aufziehen. Hä? Was für ein Kind? Ich weiß nicht, wo wir mit dem Leben leben. Erzhaufen. Äh, Metall, Erz, eines Meteoriten. Dieser Stein ist bei Mümmel gefallen. Vielleicht ist das letzte Relikt einer anderen Welt. Ganz weit weg. Wenn du einen Schmied findest, der... Uh. Okay, nice. Was hat das aber mit dem Kind zu tun? Sonst ist ja nichts weiter. Ob wir darüber noch was erfahren? Was ist das für ein mysteriöses Kind? Da war die Karte zu Ende. Habt ihr es gesehen? Da war halt einfach die Karte zu Ende. War einfach nix mehr. Nice. Dieser Bürgerkrieg. Was hat das für ein Bürgerkrieg auf sich? Da hab ich auch keine Ahnung, warum wir da jetzt hin können gehen. Ob wir da schon waren. Keine Ahnung. Aha. Gute Idee. Nein, ist er nicht. Scheiße auf den Regenten. Den mach ich fertig. Ich... behinderte Scheiße. Scheiß Logan-Soldaten. Sehe ich hier überhaupt nicht ein. Deswegen haben wir Bürgerkrieg. Ich verstehe. Wir sind gerne alle. Wer gegen Logan ist, ist für uns. Das ist gut. Das heißt, wir werden sie alle töten. Alle. Ihr Verräter liegen... Verräter, ihr. Okay, den geht's ganz gut. Wir machen uns ganz gut hier. Ist nix mit dir. Haha. Das habt ihr jetzt davon. Kann ich mir irgendwie von denen reden? Ja, Baron Ritter kann ich gleich machen, aber ich hab noch was Glitzern sehen. Und ihr wisst ja, wie es ist, ne? Immer wenn es glitzert, bin ich als erstes zur Stelle. Money, money, money. Oh. Hallo, Elfenwurzel. Kast aktualisiert. Hä, weil ich Elfenwurzel aufgesammelt hab? Oder jetzt erst? Für das hier. Logan Feldwedel. Hallo, was ist denn los hier? Ja. Da hast du recht. Die haben ja voll fertig gemacht. Wie die einfach verschwinden. Egal, ich darf durch. Tschüss. Ja. Gut. Das haben wir dann auch hergekriegt. Das ist ja dann ganz gut. Dann... Das ist deutscher Schlott. Dorf Redcliffe. Dorf Haven. Was war denn mit Haven nochmal? Ach, lass uns einfach zu Haven reisen. Wir haben sonst nichts zu tun. Ich habe ja keine Ahnung, was wir machen hier. Ich habe überhaupt keine Ahnung mehr von irgendwas. Ich glaube, beim ersten Mal durchspielen habe ich tatsächlich... Oder es kommt mir so vor, als hätte ich ziemlich stur nur die Hauptquest gemacht, weil ich nicht wusste, dass es so viele Nebenquests gibt. Wir werden schon wieder abgefangen. Was ist los? Ja, ja. Alter Jamalot und du. Ich weiß, Frauchen... Dunkle Brut. Wir spüren alle Dunkle Brut. Wir sehen sie sogar. Elfenspächer. Elfen! Ja, tun wir tatsächlich. Wo läuft der hin? Hä? Wo läuft der hin? Ach so. Stirb, Dunkle Brut! Stirb! Nein! Die Elf ist gestorben! Nein! Ich wollte nicht, dass die Elf stirbt! Oh mein Gott! Alter, was ist denn da los? Hörlok, hörlok, hörlok! Das schreibt nach einer Brandbombe! Kacke! Ich wünsche dir, ihr würdet nicht so beschissen stehen. Ah! Das hat die gar nicht verletzt! Das hat die für nichts gemacht! Blöde Dunkle Brut! Hallo! Okay, ich glaube, dann sterben die relativ schnell. Oh, Kreische sind echt ätzend. Sind jetzt alle Elfen tot? Sind sie alle umgekommen? Haben wir es geschafft? Sind die ganzen Speer hinüber? In Ordnung! Ich wollte sie doch retten! Hey, Todeswurzel! Ich wollte sie doch retten! Hm. Du hast hoffentlich was Gutes da. Was sind das für welche? Blutiger Leichnam. Eisner Ring. Eisner Ring. Ah, sie sind Gott sei Dank doch nicht alle gestorben. Genau. Zwei leben noch. Toll. Ist damit keine Ahnung, was es ist, aber da war noch was... Hier, da haben wir noch die Elfenwurzel. Natürlich bist du erfreut. Wir sind immer erfreut, wenn wir kostenlos Elfenwurzel kriegen. Hallo, alles gut? Unser Stamm kämpft für euch, Wächter! Ich weiß. Und ich habe wirklich hart versucht, euch zu retten. Schade, dass ich nur einen retten konnte. Beziehungsweise, dass einer gestorben ist. Tschüss, Elfenspäher. Ich finde das cool, dass zwischendurch einfach mal so kleine Mini-Dinger kommen, mit denen man halt nicht rechnet und dann sowas einfach ist. Das finde ich schon nice. Wieso können wir denn nach Haven? Gebiet freigeschaltet! Hä? Hä? Warte mal. Hä? Wieso können wir denn nach Haven? Bist du verderbt? Das ist also Haven. Was wollt ihr? Äh... Ah, darum Haven! Deswegen... Ah, ja. Habt ihr schon mal von der Urne der heidigen Asche gehört? Die Urne ist nichts als eine Legende. Naja, also Bruder Genitivi ist Nachforschung gelassen vermuten, dass da mehr dahinter steckt. Ich weiß nicht, wer dieser Bruder Genitivi ist oder was er sagt, aber die Menschen reden sich oft alles Mögliche ein. Ach so. Äh, ihr wisst also nicht, ob Bruder Genitivi hier vorbeigekommen ist? Nein. Ich möchte mich mal an Haven hier umsehen. Wir schätzen es nicht, wenn Leute aus der Ebene sich bei uns umsehen, als wären wir so etwas wie ein Tiergarten. Gibt es ja Bruder Genitivi? Vielleicht weiß der verehrte Vater Eirik, von wem ihr sprecht. Aber er hält leider im Moment eine Messe für das Dorf und darf nicht gestört werden. Ein verehrter Vater, was? Das ist neu. Was das wohl bedeutet? So ist es in Haven schon seit jeher. Wir stellen Traditionen nicht in Frage. Okay. Ähm, sind eure Traditionen so anders als die unseren? Unser Leben ist anders als das in den Städten der Ebenen. Ich habe noch einige Fragen. Fragt und dann zieht weiter. Na klar. Seit wann gibt es Haven schon? Haven gibt es schon immer. Meine Familie kennt keine andere Heimat. Wer ist der andere Aristotel? Vater Eirik ist unser spiritueller Leiter und Lenker. Er ist in der Kirche und hält eine Predigt. Ihr solltet ihn nicht stören. Ähm, warum habe ich noch nie von Haven gehört? Wir bleiben unter uns und sehen keinen Grund der Welt unsere Existenz zu verkünden. Es ist friedlicher so. Mhm. Okay, sonst möchte ich nichts über Ihnen wissen. Dann solltet ihr besser zurück in die Ebene gehen. Warum habt ihr einen verehrten Priester... Äh, habt ihr einen verehrten Vater? Priester sind Frauen. So ist es in Haven schon seit jeher. Wir stellen Traditionen nicht in Frage. Fragt und dann zieht weiter. Na ja, gut, sonst nichts. Dann solltet ihr besser zurück in die Ebene gehen. Na gut. Ihr könnt in unserem Laden Vorräte kaufen, wenn ihr wollt. Aber dann solltet ihr mit euren Gefährten weiterziehen. Ist es gerade kälter geworden oder bilde ich mir das noch an? Na Alistar, ich liebe ihn einfach. Ist genial. Alle lieben Alistar. Haus eines Dorfbewohnern. Okay, wir gehen aber nicht rein. Ein Kind! Hallo Kind. Wer bist du? Du solltest nicht hier sein. Wer bist du? Ich hab zuerst gefragt. Ah, das ist... Ist das dieses komische... Komische Kind mit dem... Ich suche Brunnelini. Wen? Warum kommst du hierher, wenn du jemanden suchst? Bewohner der Ebenen gehören nicht her. Was ist mit dem... Mit diesem komischen Kind? Warum siehst du mich so an? Überreden. Du bist ein kluges Bürschchen. Was weißt du über Haven? Haven ist Haven. Aber ich hab ein Geheimnis. Willst du's sehen? Na klar. Okay. Der Junge holt etwas aus seiner Tasche und zeigt es dir. Es ist ein Fingerknochen. Von der Sonne weiß gebleicht und durch stetiges Herumspielen poliert. Wem hat der gehört? Woher hast du ihn? Vom Berg drüben. Er bringt Glück. Ich behalte ihn. Sag's niemandem. In Ordnung. Okay. Oh nein, ich kann nicht mehr mit ihm reden. Verdammt. Schade. Das ist ein echt gruseliges Kind. Vom Berg. Hm. Hallo Ochse. Okay, da komm ich nicht rein. Aber... Das hab ich genau gesehen. Natürlich. Erstmal hier... klauen. Das ist ja nicht geklaut. Wächst ja in einer freien Wildbahn. Vom Berg. Sack. Hallo Elfenwurzel. Hm. Ich dachte, das wäre irgendwie so eine Nebenkäst oder so. Das gehört aber eigentlich zur Hauptkäst. Dörfler. Das ist ein Sack. Ich meine... Wir brauchen alles. Wir sind auf Rettungsmissionen. Wir wollen die Welt retten. Da muss man auch... Laden im Dorf. Muss man halt auch dementsprechend ausgerüstet sein. Das kann man halt nicht anders... Das ist halt... Erstmal den Laden beklauen. Weil... Wissen wir ja. Hallo. Wer seid ihr? Ihr kommt nicht aus Haven. Warum sagt mir das jeder? Jetzt hoffe ich das nicht selber wusste. Wir... haben hier nur wenige Besucher. Achso. Könnt ihr mir etwas über Haven erzählen? Wie beschreibt ihr einen Ort, den ihr nur als Heimat kennt? Hm. Habt ihr meinen Namen? Den Namen hab ich nie gehört. Okay. Ist das der Laden? Ich möchte handeln. Viel habe ich nicht. Ihr könnt es euch ja mal ansehen. Ja, ja, bitte. Bitte, bitte. Ja! Alles bitte. Ja! Alles bitte. Okay, überall wo Bombe draufsteht, ist gut. Ja! Verletzungsassrüstung. Was ist das denn? Die Tempter der Krieg bewahren ganze Fässer dieser Substanz in Balroyo auf. Sehen wir in Dragon Age Inquisition. Ähm. Voraussetzung Giftherstellung. Waffen, die mit diesem Mittel zählen den Gegner Mana. Dieser Effekt hat nur Auswirkungen auf Magie. Okay. Untergang des Soldaten. Mit diesem Gift bezeichnet wird es und erzielen die Gegner Ausdauer. Dieser Effekt hat keine Auswirkungen auf Magieanwender. Okay, nice. Schockfalde. Keine Ahnung, was das ist. Rezept für Säurebeschichtung. Der Erdung. Von Säurefläschchen. Rezept Lyrium-Trank. Ne, er sagt bloß wir haben jetzt die Stunde rum. Egal, ich mach ein bisschen weiter. Ich mein, ich hab... Ich weiß mittlerweile sowieso nicht mehr, wo genau ich wie irgendwie... Das kannst du nehmen. Das kannst du nehmen. Das kannst du nehmen. Ich weiß, das war ein bisschen teurer, aber... Da müssen wir später mal gucken. Ist halt nichts wirklich besser als unseres. Fortgeschrittene Giftherstellung. Rezeptur des schwachen Elixiers der Erdung. Weiß ich da nicht, was es ist. Okay, gut. Habe ich jetzt nichts, wo ich irgendwie sagen würde, brauche ich jetzt unbedingt. Was macht ihr da? Das ist privat. Das verwerbt ihr. Ich wüsste nicht, was euch das anginge. Also jetzt schon. Nein, dazu habt ihr nicht das Recht. Können wir uns nicht einfach... Jetzt töten wir ihn? Ich hab nicht gespeichert. Oh Gott. Das ist jetzt blöd. Also eigentlich hat er ja recht, ne? Da haben wir ja überhaupt keinen... Oh cool, wir können ihm seine Kleidung klauen. Was ist das? Okay, darum ging es wahrscheinlich eher nicht. Leichnam! Der hat eine Leiche versteckt! Oh cool. Die Rüstung an die Kleidung des verstümmelten Mannes lassen darauf... Nein, jetzt kann ich es nicht mehr angucken! Achso. Äh... Dass er aus Wettgift stammt. Er war einer von Alt-Eman's-Rittern. Oh, er war einer von Alt-Eman's-Rittern. Die wissen also sehr wohl, wer der Bruder ist! Voll die Lügner! Okay, das war also die richtige Entscheidung, dass wir ihn ungenietet haben. Jetzt werden wir wahrscheinlich angegriffen. Gehe ich mir ganz stark von aus. Ich wusste es. Wie diese komischen Kludisten-Leute jetzt hier sind. Geht in den Laden! Da könnt ihr eure Vorräte aufstocken. Mhm. Es ging nie über unsere Vorräte. Gib's zu! Wow, wie sein... ...Zauber jetzt wirkt. Wir in Haven wollen alleine sein. Mhm. Das ist es also, was ihr wollt, ja? Ihr wollt alleine sein. Die AG gilt denn das noch? Fluch der Irreführung. Tz! Ihr könnt mich nicht aufhalten. Warte mal, ich kann nochmal kurz reinschauen. Sparabundumstark! Kann ich einige machen! Lyriumtränke! Wundumstark! Ich glaube, das habe ich 20 von... 2, 3, 4... Ich habe keine Elfenwurzel mehr. Schwacher Lyriumtränke, schwacher Wundumstark. Okay, ich brauche Elfenwurzel. Mein Akku ist vollgeladen. Das ist eine gute Sache. Okay. Ähm... Ich speichere mal eben. Speichern, neuer Spielstand, Spiel speichern, das Dorf Haven. Gut. Ähm... Da wäre jetzt schon länger als eine Stunde. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie lange ich jetzt schon aufnehme. Mache ich mal eben eine kurze Unterbrechung. Und dann sehen wir uns in der nächsten Aufnahme wieder. Ja, bis dahin. Tudelü!